wetterfühligkeit was kann ich tun ganz herzlich willkommen zu diesem video mein name dr selz ich mache viel schwermetalldiagnostik auch viel migränebehandlung deswegen habe ich mit diesem thema zu tun wenn mir einfach migräne patienten schildern mensch jetzt ist das wetter wieder umgeschlagen ich habe hier wirklich probleme dass ich wieder einen anfall bekomme und viele menschen merken dass jetzt nicht mit dem migräne anfall sondern sie merken mensch wenn das wetter umschlägt wenn es temperaturverschiebungen gibt wenn ein gewitter aufzieht dann fühlen sich die menschen einfach schlapp sie fühlen sich müde sie fühlen sich ja regelrecht teilweise depressiv gedrückte stimmung so wird es auch in der wissenschaft beschrieben stimmungsschwankungen viele menschen mit rheuma beispielsweise die merken dann ziehende gelenkbeschwerden teilweise schmerzen oder menschen mit fibromyalgie die merken richtig wieder wie der körper sich zusammenzieht wie die muskulatur sich anspannt was gibt es noch ja natürlich der kreislauf spinnt rum man bekommt kreislaufbeschwerden wenn man wetterfühlig ist teilweise haben die menschen dann auch so taumeln oder schwindel dass sie entwickeln und ja sie fühlen sich einfach wie wie wenn man den stecker zieht das ist so das häufigste was man hört ja nicht nur bei hitze passiert ist natürlich beim wärme gewitter sondern auch bei kälte wenn wenn starke schnelle temperaturabfälle gibt dann reagieren halt die menschen häufig eher so mit denen mit den knochenbeschwerden oder mit den muskelbeschwerden also das ist das grundproblem in dem video sage ich mal aus meiner erfahrung heraus drei dinge die man tun kann bzw was sich lohnt genauer zu untersuchen denn mir sind schon drei sachen aufgefallen so in meiner ärztlichen tätigkeit in den letzten 15 jahren was ich dort immer wieder finde wenn es ums thema wetterfühligkeit wetterempfindlichkeit geht erst mal gibt es hier wissenschaftliche daten dazu hat man das untersucht ja man hat man hat man stellt untersuchungen an sind mehrere studien gelaufen eine interessante geschichte beispielsweise man hat untersucht dass im bereich der gewitter oder an gewitterrandzonen es zu elektromagnetischen veränderungen kommt dort misst man elektromagnetische wellen veränderungen einfach man nennt sie spherics und man hat dann diese spherics diese diese schwingungen diese diese elektromagnetischen wellen letzten endes auch künstlich dann reproduziert und hat dann menschen damit konfrontiert und interessanterweise hat man gemessen dass es veränderungen im hirnstromwechsel gibt dass es dort also eeg veränderungen gibt und was man aber nicht gefunden hat ist dass die menschen dann plötzlich symptome entwickelt haben also es scheinen noch mehrere komponenten da beteiligt zu sein letzten endes aber dieses spherics das ist ein problem diese elektromagnetischen wellen so zweites thema barorezeptoren unsere druckverhältnisse im gefäßsystem die werden über die sogenannten barorezeptoren halt geregelt und das sind letzten endes druckrezeptoren und auch hier gibt es überlegungen und untersuchungen was passiert wenn sich die drücke verändern draußen der luftdruck schnell absinkt oder schnell nach oben geht hat es einen einen einfluss auf die barorezeptoren ja scheint so zu sein dass hier eben auch die der luftdruck eben ein problem sozusagen macht und was auch diskutiert wird sind eben diese temperaturunterschiede diese temperaturabfälle oder starken temperaturanstiege hier beim thema wetterfühligkeit so jetzt habe ich ja eingangs erwähnt ich kann hier drei dinge nennen die ich immer wieder gefunden habe bei wetterfühligen der erste ist etwas unpopulär aber brand aktuell brand heiß sind wirklich die schwermetalle ich finde häufig bei menschen mit wetterfühligkeit schwermetall belastungen und wenn ich die schwermetall belastung dann beseitige dann geht es auch mit der wetter empfindlichkeit viel viel besser ich habe keine erklärung dafür kann mir nur vorstellen dass es mit gewissen hormonellen veränderungen vielleicht zu tun hat dass die gefäße wieder durch die hormone anders angesteuert werden dass sie schneller reagieren können die gefäße wieder dass vielleicht hier der blutdruck sich verbessert also sind nur mutmaßen es ist einfach nur eine beobachtung aus der praxis das zweite ich finde recht häufig mineralstoff störungen in erster linie mineralstoffmängel also menschen die einen leeren mineralstoff speicher haben beispielsweise magnesium beispielsweise kalium beispielsweise eisen ein ganz heißer kandidat die haben meiner erfahrung nach eher probleme mit dem wetter weil sie natürlich sehr sehr sensibel sind und hier auf äußere schwankungen sozusagen nicht so flexibel reagieren können wie menschen die dieses problem nicht haben und als letzten punkt das hormonsystem das ja ein bisschen auch in verbindung steht eben mit dem mit den schwermetallen wir wissen dass schwermetall belastungen das hormonsystem sehr sehr negativ und sehr sehr schlecht beeinflussen können warum weil gerade bei frauen die herstellung der gelbkörperhormone ja schlecht also negativ beeinflusst wird durch quecksilber beispielsweise dort gibt es also riesige untersuchungen schon ja in seit den 90er jahren hat man das herausgefunden dass eben ein progesteronmangel beispielsweise entstehen kann wenn die frauen mit quecksilber beaufschlagt werden oder belastet sind und diese hormone dieses progesteron beispielsweise reguliert eben auch oder hilft mit die gefäßweite zu regulieren wo es wo man hier auch mutmaßen könnte dass vielleicht solche menschen dann mit progesteronmangel oder mit anderen hormonellen schwächen eben nicht so flexibel sich ihrem mit ihrem gefäßsystem an das wetter anpassen können so könnte man das ausdrücken gut das war's das waren diese drei tipps vielleicht in diese richtung mal denken würde mich freuen über ein kanal abo und ja wir sehen uns beim nächsten video danke fürs zuhören